So, hallo, ich komme zu einer weiteren Folge von GTA 5 Online. Heute bin ich mal wieder krank. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, was könnte man so aufnehmen, was einem gut tut und was sicher auch gut bei der Community ankommen würde. Und ich dachte mir so, ey, lass mal ein paar Leute abfucken in GTA. Deswegen habe ich jetzt hier auch den Oppressor ausgepackt. Hier ist noch einer. Schuss. Und Treffer. Hä? Das war gar kein Treffer. Schuss. Ja. Verfolgung aufnehmen. So, dann haben wir jetzt... Hallo. Was ist mit den Lenkraketen los? Jetzt aber. Ja. Oh, war das ein Voice-Track. Ich habe keine Raketen mehr. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, wie gesagt, neue Lobbyne ist glücklich. Ich habe jetzt hier einen Level 10er gefunden. Und den werden wir jetzt mal abfucken. Okuto. So, hier ist er jetzt wieder gespawnt. Ja, okay, das war blöd. Okuto. Was ist mit den Lenkraketen los? Nein, der erscheint wirklich lieber als Geist. Ja, dann fangen wir noch ein paar andere Leute ab. Ist auch okay. Den haben wir jetzt auch schon. Typ! Was soll denn da mal so machen? Ja, es tut mir leid. Aber ich werde dich jetzt halt umfahren müssen. Einmal so. Jetzt halt nochmal in den Rücken rein. Vielleicht kriegen wir dich jetzt hier sogar runtergeschöpft. Ja. Ne, leider noch nicht. Ah! Der Bruder, der steht ja unnormal schnell auf. Hä? Das stimmt ja gar nicht. Ach doch. Da ist er wieder, der gute Typ. Ja, hi. Ja, hi. 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 Ja, hi. Nein. Auch der nächste in diesem friedlichen Motors. Ach, Mann. Ja. So, nochmal eine neue Lobby und ich habe jetzt hier einen Level 8er gefunden. Den werden wir jetzt mal ordentlich auf den Sack gehen. Level 8, das tut mir leid, aber eigentlich auch nicht. Mach es für das Video. So, jetzt schupfen wir den ein bisschen hier rum. So. Ein bisschen rumschupfen. Auf, süß. Okay, er schreibt was. Das lassen wir mal zu. Wahrscheinlich irgendeine Beleidigung. Ich gebe das mal nachher den Google-Übersetzer ein. Vielleicht findet er was dazu. Ja. Hi. Nein. Hier wird nicht geschossen. Das ist er. Da ist er. Okay, du triffst etwas so wie ich in Valorant. Ja. Hi. Das zählt als Schaden. Der Typ ist 83 Dollar wert. Alter. Der Typ ist gerade 83 Dollar wert. Mal gucken, wie viel er jetzt wert ist. So, einmal hier anfahren. Nochmal hier anfahren. Also, ihn anzufahren bringt irgendwie mehr Geld, als wenn man ihn instant umhaut. Aber süß. 212 Dollar Körperverletzung. Das war ein Fehler, in den Wagen zu steigen. Aber jetzt muss ich ihn mal mehr erzielen. Ja. Das war ein richtig großer Fehler. Und jetzt hat er die ganze Darstellung verfälscht mit dem Wagen. Och, nö. Er ist in den Passivmodus rein. Och, wie lame. Ja gut, aber zum Glück ist hier auch gar nicht wieder einer. Ja. Ja, hi. Viel Liebe verteilen geht er. Ganz viel Liebe. Pew. Oh, der war gut geschossen sogar. Schreib doch mal was in den Chat. Schreib doch was in den Chat, Junge. Okay, er schreibt nix. Schreib was in den Chat. Warte, ich helfe dir, den Berg runter zu gehen. Oder doch nicht. Was ist nicht geschätzt. Schmeißen wir dich halt wieder durch die Gegend. Ja, steh auf. Hä? Okay, das war Betrug. Das war Betrug. Ich wurde verarscht vom Game. Bin schon so ein süßer Schneemann. Also Leute, ich hab hier einen sehr, sehr süßen Level 3er gefunden. Und den haben wir jetzt geholt. Ehehehe. Und das natürlich noch rechtzeitig, bevor ich in den Strip-Flub rein konnte. Deswegen... Okay, der wollte meinen Oppressor. Da hab ich das gute Recht dazu. Und shoot. Und wieder den Level 3 erwischt. Und die gesamte Tankstelle. Brody. Ey, ich hatte so Angst, dass ich mich selber treffe. Ja, das Rumgehüpfe bringt nicht viel, Brody. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Oi. What the fuck hat er mir in die Eier getreten? Hä? Ja. Meint er etwa mich? Er macht wieder den Ampeltrick. Gut, da nutze ich auch meinen Trick. Ah, hier hat doch einer eine Fracht dabei. Gut, den kann ich auch mal abfucken. Das ist doch sicher gern. Hallo? Ist der kaputt? Ah, die Fracht ist kaputt. Ich dachte, ich hätte das nicht kaputt gemacht. Okay. Irgendwann ist jetzt aber um mich los. Ich hab gar nichts gemacht. Und damit würde ich sagen, war's das mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut. Bis dann. Ciao.